Mein Name ist Dennis Mittelmann, ich bin Gründer und Gesellschafter der Digitalagentur Trendview. Wir sind hier in den Räumlichkeiten der Agentur im Competence Center in Koblenz. Ja, hier bei Trendview sind wir zuständig für das Online-Marketing unserer Kunden, vom Performance-Marketing, Suchmaschinenoptimierung bis hin zu digitalen Strategien. Dabei machen wir auch für die Zukunft verschiedene Kampagnenplanungen, sind innovativ und kreativ für die Kunden tätig und setzen das halt im Web und im digitalen Umfeld um. Mein Name ist Lisa Lambert und ich bin Assistenz der Geschäftsführung und Prokuristin hier bei der Trendview. An einem Arbeitsplatz ist mir ganz besonders wichtig, dass man sich wohlfühlt, dass man gerne auf die Arbeit kommt und dass man in einem Umfeld ist, was stylisch ist, was auch so ein bisschen Design ausstrahlt, wo man einfach gerne hinkommt und seine Zeit sehr gerne verbringt. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, die Toilettenbereiche umzugestalten, weil wir vorher so Lufttrockner montiert hatten. Und dann haben wir überlegt, was wir machen könnten und dann haben wir uns für die Iconserie entschieden. Das sind elektrische Handtuchspender und elektrische Seifenspender. Und das Coole daran war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir sind ja ein sehr cooles, ästhetisches Gebäude, dass wir die auch individualisieren konnten. Wir haben uns jetzt für unseren ersten Versuch quasi für zwei verschiedene Modelle entschieden. Einmal für ein relativ klassisches, minimalistisches mit unserem Logo und einmal für ein sehr florales, buntes Motiv mit unserem Leittier, dem Kolibri. Wir haben uns für Kimberley Clark Professional entschieden, weil es einer der führenden Hersteller für Waschraumsysteme ist, aufgrund der qualitativen und nachhaltigen Produkte. Und was für uns auch noch wichtig war, war, dass es ein sehr innovativer Hersteller ist, dass man an den Produkten der Iconserie jetzt gut erkennen kann. Icon bedeutet für mich ganz einfach Funktion und Design. Ich hoffe, es hat 노래 Vielen follower gehört. 查 Черnen. Ich hoffe, es hat unsere Weiterbeerenignisse. Vielen Dank. Herr Drössberg.